Und jetzt irgendwo links. Ja. Ich war fast überlegt, zur anderen Seite zu gehen. Waaah! Boah, hab ich mich erschrocken. Blöder Penner. Scheiße. Wo ist Erotikfotograf? Aber das mache ich jetzt eh nicht. Was ist los? Ich habe den einen einmal angegriffen, den anderen gar nicht. Und trotzdem liegen sie am Boden. Die waren bestimmt schon tot. Sie sind nur in dem Moment gerade rausgefallen, als ich dran vorbeigelaufen bin. Scheißdrecke, ey. Das kann ja lustig werden, wenn ihr dann am Ende des Monats... ...meine neuen Let's Plays zu... ...Slenderman the Arrival schaut. Wenn ich mich hier schon erschrecke. Da habe ich ja auch überhaupt nicht mit gerechnet. Oh, geile Sache. Nimm deine hässlichen Hände von mir. Das sind fette Leute. Man merkt, dass ich hier gerade zu einem... Boah, sieh erstmal... ...zu einem Restaurant laufe. Scheiße, das Songwrex geht mir echt zu schnell runter. Wenn nicht, muss ich nochmal zurücklaufen. Der Fall hat ja noch länger Zeit. Oh shit, ich wollte erstmal Waffe wechseln. Hallo. Ich würde rufen. Hallo. Ich würde rufen. 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 Was? Ich würde rufen. 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 Christoph, wieder facts! Ich würde rufen. Du kannst ihn schneller dir lassen. Ichüre dich. become Legacy. Jeiester Frage. Ich bin der meine welche. Ein bertische. Er wird schon wieder Teller. Zwei Schade. bolt. Vielen Dank. 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 So, wenn er jetzt voll ist, dann hau ich ab. Er ist fast voll. Schade. Aber so kann ich ihn vielleicht wenigstens einmal angreifen und aufhalten. Uh, das war ein Messer. Jetzt ist von nichts zum Essen gelaufen. Ah, ich kann das Zombrex auch von hier nehmen. Das macht es doch einfacher. Ah, scheiße. Voll, mir lebt sich auch immer gleich so viel auf. Und ich bin schon wieder fast tot. Vielleicht muss ich den beim zweiten Durchspiel-Durchlauf machen. Der hat sich doch weiter noch bewegt. Dank ihm boomt der Automat hier. Schon wieder fast voll. Haha. Das kann man gar nicht schaffen, warum da der Balken steht, wenn er sehzeitlich gebunden ist. Scheiße. Haha. Haha. Scheiße. Ja, du bleibst dich, Bacon. los Ich mach jetzt immer den schweren Schlag. Oh, scheiß weg. Ich bin noch so nah. Das ist jetzt auf Risiko. Was tut er? Lauf! Lauf! Oh nein! Zum Glück, Taylor. Die Pfanne wär schlimmer gewesen. Das war gut. Schnell! Scheiße! Oh, wenigstens hat er nicht... Angst, der Zeiter dahinten. Nein! Ah, scheiße. Ich sollte eigentlich wirklich was essen. Nein! Nein! Ne, jetzt lauf ich. Das ist mir zu heikel. Wenigstens habe ich jetzt eine Methode gefunden, die halbwegs funktioniert. Ah, verdammt! Ich brauch was zu essen. Oh, ein Barbecue. Ah, er frisst... Man hört's. Was haben wir da? Das ist eine Waffe, da steht aber ein Buch dahinter. Kannst du dich zusatzschauen? Oh, jetzt ist natürlich alles von der Zimmis. Und halb voll. Na, geil. Was hast du da? Frank, ich glaube, ich kann jemanden im Hotel schlafen sehen. Sie sieht kalt. Nein! 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 Was ist das? Ich sah gerade jemanden, einen Briebe zu tragen. Oh, ein Tenderidehild! Es ist ein bisschen eine weile Zeit, um zu heiraten. Oh, ich hätte aber... Oh, endlich. Oh, bin ich froh. Scheißdreck. Hm. Das war doch immer nur seine Hand. Die hätte doch rausziehen können. Okay, jetzt ist der Kopf auch versunken. Was natürlich ungünstig für mein Projekt... ...ist... ...die jetzt mitzunehmen. Du bist ein Lebenssicherer. Was? Jasper geht's hier. Jetzt muss ich auch noch Jasper finden. Oh, da ist so ein Ding zum Fotografieren. Ich glaube, im letzten Teil waren das 50 Stück, die irgendwo verteilt waren. Ja, komm mit oder lass es. Einmal probier's noch. Ne. Ich bin nicht Jasper. Ich weiß, wo du bist. Das muss mir nicht sagen. Hier liegt hier überall super. Oh nein, das wollte ich nicht. Ey, kann er den mal loslassen? Sieht komisch aus. Sieht komisch aus. Ich weiß. Ja, was denn der größte ist... Wie ganz nah. Ich hoffe, dass du bist. ...und das so das Ding. ...disz' mit diesem Ding.